Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen das Keyword-Tool KW-Finder vorstellen. Dies ist ein kostenpflichtiges Tool, was aber in einer sehr eingeschränkten Version auch kostenfrei ist. Sie können hier bis zu zwei bzw. fünf, wenn Sie sich registriert haben, Keywords pro Tag eingeben. Wir bleiben bei dem Beispiel Rasenmäher. Und dieses Tool ist sehr gut geeignet dafür, um eine Potenzialabschätzung zu machen, wie Sie gleich bei den Ergebnissen sehen werden. Diese sind nämlich sehr übersichtlich gelistet. Sie bekommen zu den Vorschlägen eben auch andere Vorschläge zu naheliegenden Keywords, wie beispielsweise Aufsitzmäher oder Benzinrasenmäher und können sich eben auch hier das Suchvolumen im Jahresverlauf anschauen und zusätzlich auch das Gesamtsuchvolumen anschauen und den CPC, also den durchschnittlichen Cost per Click in Google AdWords, sowie den Wettbewerb um dieses Keyword. Und was besonders spannend ist, Sie können hier auch die Schwierigkeit nachvollziehen, wie schwierig ist es, auf dieses Keyword zu ranken, wenn Sie im Bereich der Suchmaschinenoptimierung etwas machen möchten. Das heißt, wenn Sie besonders relevante Keywords haben, dann können Sie diese hier eingeben und eben das Potenzial abschätzen. Sie können auch die Keywords unterschiedlich ranken lassen und sortieren lassen, nach CPC oder nach Suchvolumen beispielsweise. Also eine sehr gute Übersicht insgesamt über bestimmte Suchbegriffe, die allerdings, wie gesagt, sehr eingeschränkt nur zur Verfügung steht und dementsprechend nur für einzelne Keywords genutzt werden kann.